Mein CuraProx-Code wurde verlängert. Meine Lieben, ich habe super Neuigkeiten für euch. Mein CuraProx-Code lautet Dr. Ami20. Damit sparst du 20% auf alle Produkte von CuraProx. Also auf die Schallzahnbürsten, die Handzahnbürsten, die Interdentalbürsten, Zahnseide, Zahnpasta, Schnuller, Kinderzahnbürsten, Reinigungsmittel, was auch immer sie im Sortiment haben, auf alles sparst du damit 20%. Und das schon ab dem ersten Euro auf deinen gesamten Warenkorb, also auf alle Produkte, die sich in deinem Warenkorb befinden, werden automatisch 20% abgezogen, wenn du meinen Code eingibst auf der Homepage www.curaprox.de. Der Code ist auch beliebig oft einlösbar. Das heißt, bei jeder Bestellung über dieser Homepage von CuraProx kannst du immer wieder meinen Code eingeben und jedes Mal 20% sparen. Mein Code ist auf jeden Fall verlängert worden bis zum 30.06.2024. Es kann sogar sein, dass er danach auch noch weiterhin gültig ist, also speicher ihn dir ab oder mach einen Screenshot davon, dass du ihn auch danach immer noch wieder ausprobierst, ob er noch weiter gültig ist, denn in der Vergangenheit wurde er immer wieder verlängert. Insofern kann es auch gut sein, dass er danach immer noch gültig ist. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.